Grüezi, ich begrüsse Sie ganz herzlich zum heutigen Highlight im Bereich Mobile. Mein Name ist Sami Baumgartner und ich bin der Leiter Marketing und Verkauf. Im heutigen Video liegt der Fokus auf unserem neuen Webportal für die Liegenschaftseigentümer und Immobilienbewirtschaftler. Unser neuen Portal vereinfacht und digitalisiert die Kommunikation zwischen der Bewirtschaftung und der Liegenschaftseigentümer. Mit dem Portal können Sie als Verwaltung Ihre Effizienz steigern, Ihre Dienstleistungen ausbauen und so Ihren Kunden einen grossen Mehrwert bieten. Unser Eigentümerportal ist ein White-Label-Produkt. Das heisst, Sie können das mit Ihrem eigenen Branding versehen und Ihre Webseite integrieren. Gegen aussen ist es also das Kundenportal von Ihnen. Die gewünschten Daten werden automatisch aus dem IMO Top 2 und dem UR5 synchronisiert. Am besten schauen wir das jetzt direkt live direkt im Portal an. So sieht die Loginmaske vom Portal aus. Die Logins können Sie Ihren Eigentümer zustellen. Das heisst, Sie können die Logins verwalten und den gewünschten Eigentümer auch freischalten. Ich gehe jetzt hier mal hinein, melde mich hier mal an und komme auf die erste Seite. Wir schauen das anhand von Marc Weber. Er ist der Eigentümer, der uns zwei Liegenschaften in Bewirtschaftung gegeben hat. Gehen wir mal eins weiter. Da komme ich hier auf den ersten Bildschirm und sehe hier mal meine Liegenschaften. All diese Daten kommen aus dem IMO F5 oder dem IMO Top 2 inklusive diesen Bildern. Nehmen wir mal die Feldstrasse. Wenn ich hier drauf gehe, komme ich als erstes gerade auf ein Dashboard mit den wichtigsten KPIs. Sie sehen hier die Lehrstandsquote, die Lehrstandsentwicklung, die Lehrstandstauere oder auch den Mietvertrag nach Nutzungsart. Hier können Sie auch zwischen den Jahren noch hin und her switchen, falls Sie möchten schauen, wie das im Vorjahr war. Dann gehen wir weiter zum interaktiven Mieterspiegel. Ich habe hier den Mieterspiegel live aus dem RIMO oder dem IMO Top 2. Alle Daten sind hier drin. Ich kann hier mal ein bisschen durchscrollen, dann sehen Sie den ganzen Mieterspiegel. Ich habe hier drin auch Drilldown-Funktionen. Das heisst, ich kann jetzt hier zum Beispiel die Dreihalbzimmerwohnung von Peter Müller anwählen. Dann gehe ich auf die nächsten Infos zum Objekt, zum Mieter, auch zum Mietzins und der Mietzinsbasis. Ich kann hier sogar noch weitergehen und wähle mal den Mieter an. Dann komme ich noch zu den Details dieser Person. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, auf die Startseite des Mieterspiegels, sehen Sie hier auf der rechten Seite die Ansprechperson von Ihnen. Das heisst, Sie können hinterlegen, wem der Eigentümer muss anrufen, wenn er jetzt Fragen hat zu dieser Liegenschaft oder zu diesem Mieterspiegel oder sonst ein Anliegen. Kommen wir zu den Finanzen. Hierin können Sie per Stichtag Ihre Daten synchronisieren lassen. Das heisst, Sie wählen aus, wenn die Erfolgsrechnung und die Bilanz hier oben aktualisiert wird. So haben Sie einmal genug Zeit, um fertig zu buchen oder noch Ihre Abschlüsse zu machen. Gehen wir mal zum Konto, Unterhalt und Reparaturen. Wenn ich da reingehe, sehe ich die einzelnen Buchungen. Das geht so weit, dass ich sogar hier online den Beleg anzeigen lassen kann. Wir haben hier jetzt die Dummy-Rechnung hinterlegt. Ich kann das PDF auch runterladen als Eigentümer oder speichern. Wenn wir da jetzt zurückgehen, haben Sie vielleicht gesehen, auf der rechten Seite gibt es auch noch eine Kachel, die Sie die Gewinnentwicklung beobachten können. Gut, kommen wir noch zu der letzten Funktionalität des Portals. Eine ganz wichtige Funktionalität. Und zwar können Sie über das Portal Ihren Eigentümer die gewünschten Dokumente zur Verfügung stellen. Das heisst, Sie können ganz einfach im RIMO oder im IMO Top 2 die Dokumente ablegen und nachher werden die hier im Portal angezeigt. Typischerweise die Abschlussdokumente, können aber andere Verträge sein oder wichtige Dokumente, die der Eigentümer wünscht, um Einsicht zu haben. Wir haben jetzt hier im Beispiel einfach mal ein Foto hinterlegt. Das ist aber natürlich nur eine Demo-Datenbank. Bei Ihnen wird das sicher noch ein bisschen spannender sein. Da ist es auch wichtig, wenn ihr viele Daten habt, könnt ihr da die Eigentümer auch seine Sachen suchen oder Dokumente. Das wird sicher über die Jahre spannender sein, wenn man da wieder zurückgreifen kann auf die Vergangenheit. Ja, das wäre es eigentlich gewesen zu unserem neuen Eigentümerportal. Ich hoffe, Sie haben da einen guten Einblick können haben und auch sehen, wie einfach die Kommunikation mit dem Eigentümer über das Portal ist. Die Daten stehen dem Eigentümer jederzeit zur Verfügung. Das heisst, er kann am Wochenende oder am Abend da reinschauen und die gewünschten Daten abfragen. Zudem kann er das mit dem Handy, Tablet oder auch mit dem Notebook anschauen. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil es ein Webportal ist. Ja, ich hoffe, Sie haben einen guten Einblick gehabt diese ganze Woche in alle Neuerungen der W&W, in unsere Produkte und auch das, was noch ansteht. Wir hoffen auch, dass wir dieses Event bald wieder vor Ort durchführen und nächstes Jahr uns auch physisch treffen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Vielen Dank.